Servus, ich bin der Nico von LINE. Ihr seid hier im LINE standen. Wir haben dieses Jahr ganz neu und frisch für euch den LINE Blade dabei. Einmal die Damenversion und die Herrenversion unterscheiden sich im Wesentlichen nur von der Mittelbreite. Damenfampf 92mm unter der Bindung, Herren 95mm. Meiner Meinung nach der perfekte All-Mountain-Ski. Super breites Schaufen, heißt im Powder ordentlich auftrieben. Das neue Titanaleinlage oben und unten im Ski sorgt dafür, dass ihr ordentlich einen torsionssteifen Ski habt. Das Ganze heißt Gas Paddle Metal, wie der Name schon verriet, ihr könnt ordentlich Gas geben. Der Ski flattert überhaupt nicht, aber hat trotzdem noch einen richtigen Rufenhaupt. Also habt ihr echt einen verspielten Ski und dann machen wir wieder was Neues. Innovativer Shape, probiert es ihn aus. Super cooler Ski, macht echt richtig Bock.